. Da könnt ihr Markus Steinbock mit Markus Pötzscher im wunderschönen Hyundai i20. Und jetzt gerade das Auto riecht. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Rot ist es, das passt schon mal. Markus und Markus. Markus, ganz kurz zusammenfassend, ich glaube, das war wichtig, nach dem kräftigen Abflug in Weiz jetzt wieder bei der Zielerkunft zu schaffen. Aber wenn ich so in das Gesicht schaue, da schaue ich in ein zufriedenes Gesicht. Na ja, zufrieden. Mit der Stadt Nummer 25, von Sala in der Muttersporer, mit so viel Lehnzeiten.